hallo liebe zuschauerinnen und zuschauer es ist freitag und ich heiße sie hier an dieser stelle wie jede woche am letzten handelstag der woche herzlich willkommen zu einer ausführlichen besprechung zum einen natürlich wie immer der aktuellen handelsideen dann machen wir die vorausschau für die nächste woche an den nachrichten prüfen mal die situation in den großen indizes und es gibt natürlich etwas edukativen anteil heute schauen wir uns mal die aktuellen new farm payrolls vom us-markt an da hat der markt ja sehr sehr intensiv drauf geschaut wir hatten dazu auch ein trading webinar mit dem jens glatt von der seite her haben wir das thema ja schon mal gehabt und ich habe es mir auch ein bisschen zur aufgabe gemacht dass wir halt nicht nur schauen was passiert jetzt kurzfristig am markt sondern wir schauen uns hier mal die details an zuvor aber herzlich willkommen auch an alle hier live ludger schönen guten morgen und alle diejenigen die live zuschauen die bekommen wie immer von mir die aufforderung oder die bitte wenn sie mögen und den ein oder anderen chart haben wollen schauen sie einfach hier im blog und dann können sie den entsprechenden titel eingeben und ich schaue mal rein wie wir hier die aktuelle lage sehen können sascha ist auch da einen schönen guten morgen moin moin an dieser stelle hier gut am sven guten morgen auch und ja auch dir natürlich ein schönes wochenende schon mal vorab offizielle verabschiedung machen wir nachher aber der freitag ist der letzte tag der woche und so ein bisschen start zum wochenende also alles easy und entspannt hier elena ist auch da mario ich freue mich wird richtig voll hier alle rein in den raum das ist immer super gut da können wir gut miteinander kommunizieren wenn die leute hier dabei sind das macht dann auch viel viel spaß und ja lassen sie uns hier ruhig interaktiv miteinander arbeiten bevor wir jetzt hier in ja die technik reingehen in die charts gibt es natürlich den risikohinweis der ist obligatorisch sie wissen dass der handel mit devisen und cfds auf margen kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren und damit gehen wir hier direkt in den content für heute rein ich hatte schon gesagt handelsideen stehen natürlich an erster stelle ali einen schönen guten morgen nach schön wie voll der raum hier wird nachdem wir die wochen beziehungsweise die handelsideen für den heutigen tag durchgesprochen haben schauen wir auf den wochenausblick der nachrichten was kann nächste woche alles kommen dann die analyse der großen indizes wie gesagt hatte und die nfps die schauen wir uns mal ganz ganz genau an wer die arbeitsmarktdaten gehört hat weiß dass die wichtig sind deswegen geht es da rein und dann hier im blog heute auch die veröffentlichung der charts auf wochenbasis ich habe mir gedacht ich habe bei den charts die ich regelmäßig durchklicke gesehen da gibt es den ein oder anderen titel die stehen an interessanten stellen mit bezug auf dem wochenchart und wer wochencharts sich von zeit zu zeit mal anschaut weiß wenn dort extrem überdehnende bewegungen beispielsweise sind dann kann das hier gegenreaktionen geben die auf tagesbasis doch für deutliche performance in die eine oder andere richtung sorgen können und aus diesem grund bin ich hier für dieses freitags spezial mal auf ein wochenspezial gegangen und hatten hier heute mal alle dinge aus den wochencharts an entsprechenden stellen rausgesucht und dann schauen wir auch wie wir das auf tagesbasis dann umsetzen können damit gehen wir mal direkt in die heutige handelsbesprechung rein die tagesnachrichten 14 30 gibt es die einzelhandelsumsätze aus den usa und für die kernrate für den monat august und die einzelhandelsumsätze für den monat august um 11 uhr gibt es die lohnentwicklung in der eurozone sie wissen ja löhne haben immer was mit kosten zu tun löhne können aber auch die inflation ansteigern durch ein durch einen gesteigerten konsum von der seite her schauen wir mal was hier kommt es gibt dann um 11 uhr noch die handelsbilanz für den monat juli auch aus der eu am nachmittag dann um 14 uhr 30 den exportpreisindex für die usa und den importpreisindex für die usa um viertel nach 3 15 15 gibt es dann ebenfalls aus den usa die industrieproduktion für den monat august es gibt die lagerbestände für den monat juli und die uni michigan gibt um 16 uhr ebenfalls die aktuellen konsumentenerwartungen und das verbrauchervertrauen an uns raus dann gibt es am abend um 19 uhr noch die informationen nennen halt um 21 uhr 30 hier die informationen zum cout report rund um die futures hier an dieser stelle wie jede woche freitag wer darauf schauen will machen sie sich ruhig mal schlau in diese richtung und damit direkt in die handelsideen rein für diejenigen die noch nicht so oft zugeschaut haben und vielleicht das video auch im nachgang sehen und nicht direkt auf facebook sind die handelsideen an sich ich zeige sie mal hier das ist die website von ticken also gehen sie ruhig auf die website von ticken an sich sie sehen hier die informationen zum erstklassigen program mit wirklich sehr sehr guten konditionen und hier sehen sie dann auch den blog und im blog an sich da sehen sie für jeden handelstag entsprechend die ideen für den handelstag und heute hier wenn sie hier reinschauen dann sehen sie ganz klar es geht heute um den austral dollar kanadischen dollar hier auch im wochenchart dann den britischen fund neuseeland dollar interessante situation wie wir sie hier haben kurz hier nach diesem schub über die blaue linie gibt es gleich im detail und dann den neuseeland dollar schweizer franken der weit in einer bewegung steht an einem interessanten support level auch das gleich im detail und wer sich wundert was steht denn hier stereo trader ich dachte ticmel macht mt4 nein ticmel macht nicht nur mt4 wir haben hier auch den stereo trader interessante software mit der man deutlich anders schweizer kann es gibt ein paar zusätzliche futures die nicht so einfach im metatrader umsetzbar sind dass sie sehen wir haben hier für viele geschmäcker etwas dabei schauen sie sich das ganze ruhig mal an sie können direkt auch auf der website von ticmel hier drüben auf den stereo trader gehen und dann hier bei den werkzeugen entsprechend die da haben wir es jetzt habe ich gerade ich hatte gerade gesehen kleinen augenblick bei den tools da haben wir den stereo trader nämlich drin ich finde gerade den link nicht aber das können wir auf alle fälle noch nachliefern elena wenn du so gut bist und in den chat mal den link rein stellt dann liefer ich direkt den link noch nach ich dachte ich hatte den hier ach hier trading plattform jetzt haben wir es wir haben eine extra seite für den stereo trader die elena gibt es bestimmt gleich rüber und dann können wir uns das ganze hier auch mal anschauen dann zeige ich ihnen direkt wo sie den zugang zum stereo trader finden ich habe gerade ein sehfehler hier an der stelle will aber das ganze nicht zu doll ausweiten so nun rein in die charts ich hole mal hier die software rüber was wir hier noch haben ist der trade von gestern beziehungsweise die handels idee von gestern die weiterhin in ihrer spanne läuft das hatte ich ja gestern ausführlich miteinander besprochen hier im silber chart was hier in gange ist und wir gehen jetzt hier mal direkt in die chart besprechung für heute rein und ich fange mal an mit dem austral dollar kanadischen dollar hier heute muss ich nur aufpassen dass ich umschalte austral dollar kann dollar und dann hier an dieser stelle in den wochen chart auch hineingehe so dann machen wir hier das ganze an aktualisieren das und zack geht's ab in den wochen chart hier hinein so kleinen augenblick so ok jetzt muss ich noch mal schauen dass es jetzt nicht der chart den ich hier offen hatte damit ich gleich das fenster auch für sie übrig habe damit wir hier direkt in die charts reinschauen können wie das ganze dann auch ausschaut so ok austral dollar kann oder machen wir uns das ganze hier mal auf der chart hat irgendwie meine 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 aufzeichnung nicht gespeichert aber das ist nicht ganz so schlimm wir können das ganze ja hier entsprechend auch nachvollziehen was fällt mir beim blick in diesen chart hier an dieser stelle auf beim blick in diesen chart ist es so hier haben wir wenn man es mal so will eine große große seitwärts bewegung zwischen diesen kursen hier oben rum und den kursen hier unten rum so das ist mal eine riesengroße seitwärts range das ist für uns trader hier an dieser stelle momentan wirklich nicht ganz so interessant interessant ist es dann wenn der markt wirklich an dieser oberen oder unteren schwelle antaucht weil wir sind dann halt immer wieder runter bzw hochgedreht was jetzt hier viel viel interessanter ist ist die tatsache wo wir aktuell stehen und da schauen sie mal wir haben hier einen support bereich hier unten drinnen hier in diesem bereich hier das ist der support bereich ich mache das gleich mal grün hier damit wir diesen support hier entsprechend auch mit im chart haben und dieser support bereich hier um die marke von ich ziehe es gleich mal hier mit rüber zack hier drüben haben wir es um die ungefähr so über den daumen ich weiß im im blog beitrag steht da leicht eine andere zahl aber das ist jetzt hier einfach live ich kann es nicht genau sehen wo ich da die marken hingelegt aber ich denke sie können sehen was ich meine hier unten haben wir einen support so jetzt haben wir die woche die weit in ihrer bewegung ist weit in ihrer bewegung heißt in diesem zusammenhang wenn wir uns mal den aktuellen trendverlauf ansprechen so wenn wir mal da das letzte stück dieses trend nehmen hat mir hier entsprechend die letzte korrektur und dann stehen wir hier halt sehr sehr weit in der bewegung und wir haben diese weiten bewegung sehr sehr oft in in situationen wo sie wenn sie überdehnt werden dann eine einen rebound machen können beziehungsweise einen lieber und auch tatsächlich veranstalten und das sind die dinge die wir hier an dieser stelle sehen wir haben jetzt hier eine unterstützung hier hat der markt schon mal gedreht wir haben die situation dass wir in einer weit gelaufenen bewegung stehen und das ist halt der punkt wo man sagt da kann es zu einer umkehr kommen wenn diese umkehr entsprechend auch kommt dann haben wir die situation geben dass wir schon ein stück weit nach oben laufen können für diejenigen die sich mit fibonaccis auch beschäftigen mit mit rückläufen und so weiter und so fort ich habe für mich die fibonacci linien hier mal ein bisschen entsprechend angepasst damit ich hier tiefe rückläufe sehe ab 50 prozent also für mich persönlich sind die marken 50 prozent und 75 prozent sehr sehr wichtig deswegen habe ich die fibonacci ein bisschen angepasst von den von den zahlen ist einfach mein handelsstil an dieser stelle das können sie allerdings machen wie sie das gerne möchten sie können auch den standard im den standard indikator verwenden aber was jetzt interessant ist ist halt die tatsache nummer eins wenn ein rücklauf kommt dann werden gerne mal das wissen sie entsprechend hier diese bereiche diese ausbruchslevel gerne mal getestet das heißt das wäre mal eine anlaufmarke hier an dieser stelle hier in diesem bereich von ungefähr 0 95 5 6 0 das als anlaufpunkt nach oben hin was haben wir nach oben hin noch wir haben jetzt ein bisschen ein wochenhoch das heißt wir haben das erste mal das wochenhoch dieser woche was bei einem rebound an gedreht werden sollte bzw dann haben wir hier entsprechend noch das wochenhoch was wir hier oben drauf legen können um die was haben wir 0 95 1 7 9 an dieser stelle das mache ich auch mal noch rot weil es oben drüber liegt dass wir hier nicht durcheinander kommen so wenn das ganze hier gespielt wird was sehen wir da und da wissen sie ich kombiniere sehr sehr gerne die zeiteinheiten das heißt wir schauen jetzt hier einfach mal in den tag hinein und wenn das ganze dann losläuft dann sehen wir halt im tag hier aufwärts dynamik dann sehen wir hier im tag erst einmal entweder eine bewegung oder wir sehen hier untergeordnet schon eine trend bildung die dann durchaus nach oben laufen kann und wenn wir das mal sehen hier diesen schub nach unten wir sehen hier sehr sehr schön den trend den wir im tagesschart gehabt haben also das heißt das hier ist mal die bewegung des übergeordneten wochentrends sie sehen dass auch im tagesschart hier das blaue die blauen linien sind die die ich aus dem wochenchart eingezeichnet habe und da sehen sie entsprechend auch so die schwünge der woche im tag das heißt hier sehen sie schön am die den bewegungstrend hier sehen sie schön den entsprechenden korrektur trend hier haben wir wieder den bewegungstrend wie er schön nach unten läuft und das wird jetzt wirklich interessant was jetzt hier passiert gehen wir hier oben drüber dann ist erst mal das wochenhoch von dieser woche überschritten das ist dann mal ein positives zeichen weil dieses umkehrmuster an sich läuft dann entsprechend nach oben und dann haben wir wirklich die erste chance erst einmal hier oben rein zu laufen in dieses korrektur hoch der woche das an dieser stelle für die oberseite gespielt wie schon wenn es da noch etwas weiter läuft hier haben wir das ausbruchslevel das habe ich für sie markiert und dann steht hier relativ nah schon noch das nächste aber interessant ist es dann zu sehen wird hier wirklich der der markt hier oben drüber gehen über die 0 95 179 dann haben wir hier in gebrochenen abwärtstrend und das wäre dann eine schöne sache dass man sagen könnte okay hier hat sogar ein aufwärtstrend eine chance mal ein stückchen weit nach oben zu laufen und dann haben wir ein ganz anderes potenzial heißt also wir können dann durchaus auch ohne diesen großen wochentrend kaputt zu machen eine tiefere korrektur über den trend des tages sehen also das ist das potenzial was hier steht das ist eindeutig was für die watchlist also nichts was man einfach jetzt so blind lostraden kann oder sollte man kann ja alles traden wozu man lust hat nur wenn man geld verdienen soll muss seine strategie natürlich dazu passen und das kann man dann sehr sehr schön nutzen mit blick hier in den tagesschart und wenn der tagesschart dann schön nach oben läuft dann ist es gut an der zeit dass man auch in den kleineren zeiteinheiten traden können weil man hat die schöne vorgabe aus dem tag auch über die stunden oder die fünf minuten entsprechend nutzen kann schauen wir noch mal in den wochen chart hinein wie suchen das noch mal etwas kleiner hier haben wir dann aber auch die situation sie wissen dass sollte hier diese überdehnung noch kein ende finden dann wird es natürlich auch keine sage ich mal keine bestätigung dieses umkehrsignals keine nachhaltebestätigung des umkehrsignals geben dann besteht hier die möglichkeit dass dieser ja das sag mal dieses hin und her getinge hier um diese unterstützung ja nur ein getingel war und der markt kann runterlaufen die nächste größere unterstützung sie sehen es dann selbst hier unten im chart haben wir dann in diesem bereich unten liegen hier um die marke von 0 91 7 8 6 und das ist dann die unterstützung aus dem jahre 2013 die haben wir dann noch einmal getestet hier im jahr 2015 also auch hier eine relativ starke unterstützung wo der markt das ein oder andere mal stark nach oben getreten spannende situation weite bewegung die überdehnung ist definitiv da wird sie abgebaut dann haben wir hier die möglichkeit über die woche nach oben schön etwas mitzunehmen gleiches bild schauen wir uns jetzt mal auch wieder in einem wochen chart an jetzt muss ich noch mal schauen wo ich gleiches bild sage dass wir hier entsprechend den richtigen chart sehen da gehe ich mal in den austral dollar nein halt den hatten wir gerade in den neuseeland dollar schweizer franken da haben wir auch eine überdehnende bewegung drinnen hier neuseeland dollar schweizer franken da haben wir ihn so und hier im endeffekt genau das gleiche grundsätzliche bild wir haben eine weit gelaufene bewegung hier in diesem rahmen also bewegung meine ich dann hier schauen sie mal ich zeichne ihnen mal eben den trend entsprechend ein hier schön den abwärtstrend heute jetzt mache ich mal die abwärtstrend linie auch rot so dann haben wir hier schön die korrekturen und bewegungen wir sehen entsprechend hier die abläufe nach unten und nach oben weil der das nicht übernommen hat zeichne ich das alles für sie noch mal ein so jetzt haben wir hier die situation wie gerade eben in ähnlicher konstellation hier unten der erste support bereich support heißt in dem moment wir haben hier die möglichkeit dass der markt an dieser stelle rumtritt support bereich haben wir hier in der preisgegend um die was haben wir hier gehabt ungefähr 0 63 56 und sie sehen hier unten tingelt der markt auch so ein bisschen rum wir bekommen hier eine kleine wochenkerze so was hatten wir hier oben ähnlich schon mal nur da hatten wir nicht so einen starken support bereich wie hier und wir hatten auch die situation nicht dass diese große bewegung so weit überdehnt ist das heißt wir haben jetzt hier wie das gerade in dem anderen chart der fall gewesen ist durchaus die möglichkeit dass wir schön mit laufen nach oben hin das heißt dass wir hier einen rebound bekommen auf der oberseite was ist hier noch interessant zu sehen wir sehen hier auf wochenbasis schön auch den bewegungstrend der hier nach unten gelaufen ist das ist sehr sehr interessant und hier sehen wir mal die letzte den letzten bewegungsschub sozusagen und selbst wenn man das mal annimmt von hier eine korrektur entsprechend einzugehen dann haben wir hier das potenzial erste mal hier ein stück weit rein zu laufen bis um die marke von wo haben wir das hier gehabt ungefähr das bei dem preisbereich den wir hier gehabt haben also hier in diesem bereich um die 0 64 724 aber wir messen das einfach auch noch mal aus mit dem fibonacci tool und dann sehen wir hier wo die 50 prozent sind sehen da haben sie hier ungefähr um diese marke was ich ihnen gesagt hatte hier um diesen bereich von der 0 64 880 haben sie hier die 50 prozent regression dieser bewegung das heißt das wäre erst einmal wenn der markt hier oben hoch dreht ein anlaufpunkt zwischendrin liegt noch das woch ups zwischendrin liegt entsprechend noch das hoch der vorwoche das wäre natürlich auch ein interessanter anlaufpunkt hier auf die oberseite wenn es hier zum rebound kommen könnte das ganze sieht man dann natürlich auch sehr sehr schön im tagesschart den schauen wir uns dann auch gleich noch einmal an bricht das ganze ding hier nach unten weg sie sehen selber im chart hier ist dann der nächste bereich wo man eine korrektur ende beziehungsweise eine unterstützung sehen könnte nur aus der reinen erfahrung heraus würde ich jetzt mal sagen das ist so reines bauchgefühl ich habe dafür jetzt keine belege aber so reines bauchgefühl würde mal an meiner stelle sagen ich glaube bald nicht dass der markt einfach so hier durchläuft das ist schon noch ein ganzes stückchen weg weil wenn wir mal schauen für diejenigen die das ganze auch manchmal mathematisch oder etwas ausmessen man sagt ja entsprechend das was wir hier oben sehen an dieser stelle das heißt was hier dieser bewegungsbereich gelaufen ist das nimmt man hier und setzt das noch mal unten dran dass man mal so ein maximal level sozusagen hat wo man rein laufen kann ich muss das mal kurz ausbauen hier so ungefähr so das dann stehen wir hier grob schauen sie dann stehen wir grob in dem bereich wo wir jetzt schon ungefähr sind das wäre dann noch mal ein ganzes stückchen weiter zu laufen das wäre gut das würde sozusagen den spannungsbogen erhöhen an dieser stelle dass der markt deutlicher zurückschnippst aber rein von der erfahrung heraus würde ich persönlich sagen ich glaube eher wir sehen jetzt hier an dieser unterstützung wenn sie kommt dann eine gegenbewegung ich glaube nicht dass der markt jetzt direkt durch weil dazu bräuchte es schon ziemlich schlechte nachrichten von der marktseite her also das von dieser von dieser seite her muss ich an dieser stelle sagen ich glaube eher dass der markt irgendwann mal herumdreht und dieses reversal wenn die woche hier bestätigt wird wir haben ja hier auf wochenbasis jetzt die woche ist ja fast um schon einen leichten zuwachs gesehen und das ganze hier wieder mit blick in den tagesschart und das sehen wir hier der markt will so ein kleines bisschen hoch er macht hier so einen leichten bogen auch wenn er das ganze nach oben hin verlässt wir haben hier das nächste hochstehen was wir anlaufen können bei 0,64231 und dann ist das hier schon interessant das heißt wenn der hier die leichte bodenbildung auf tagesbasis abschließt und tatsächlich oben drüber schnäppst das wäre dann interessant weil das wäre dann die situation dass wir hier einen leichten rebound sehen können und natürlich dieser entsprechende leichte rebound der könnte dann natürlich auch dazu führen dass wir einen höheren rücksetzer sehen das heißt dass wir uns jetzt hier nicht nur auf diese letzte bewegung dieses untergeordneten trends beziehen sondern es kann gut und gerne auch sein dass der markt hier ein stückchen tiefer korrigiert hat er ja bei den letzten malen auch gemacht tiefe korrektoren aber beim letzten mal kam dann halt nicht so tiefe bewegen unten raus also es bleibt hier spannend zu sehen was an dieser stelle passiert auf alle fälle hier in diesem bereich hier was ich grün markiert habe um die 0 63 560 auch ein bereich im wochen statt der sehr schön ja sag ich mal entsprechend mit spannungsmoment aufgebaut ist weil ich sehe gerade sascha du hast zu tun wünscht dir einen angenehmen tag bis nächste woche schau dir ruhig das replay an das stelle ich danach auch gleich noch hoch beziehungsweise haben wir ja auf facebook hier drauf so gut damit zum vom neuseeland dollar schweizer franken in den britischen fund neuseeland dollar auch das natürlich wieder erst einmal hier auf wochendauer so jetzt muss ich mal kurz schauen great britain pound new zealand dollar da haben wir ihn so und was wir hier sehen finde ich sehr 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 doch muss ich sagen interessant von der seite her dass wir hier eine schöne chart konstellation haben das heißt wir haben jetzt hier auf alle fälle erst einmal einen markt der nach oben läuft das heißt schauen sie mal wir hatten hier so die erste trend bildende maßnahme das mache ich gleich mal grün dass wir das ganze hier im aufwärtstrend auch sehen hier so und dieser aufwärtstrend ist schön gelaufen ich markiere ihn diesen mal diesen aufwärtstrend der läuft hier schön entsprechend nach oben gut das ist jetzt der tiefpunkt muss von da unten kommen so manchmal springen die felder hier etwas hin und her und dann haben wir hier jetzt die letzte bewegung diese letzte bewegung hat sich bis vor kurzem in der konsolidierung befunden heißt also schauen sie mal wir hatten hier die situation einer leicht abfallenden oberseite und einer ansteigenden unterseite das zeichne ich ihnen gleich auch in den chart ein das heißt wir hatten hier eine konsolidierung die so ein bisschen seitwärts gelaufen ist und dieser dieser seitwärtslauf entsprechend wird jetzt hier nach oben aufgelöst das ist sehr sehr schön zu sehen wir hatten hier letzte woche den schub nach oben und hier jetzt an dieser stelle die bestätigung in dieser woche so dann haben wir hier oben noch dieses level um den letzten und das letzte hoch in diesem aufwärtstrend was hier an dieser stelle mit überschreitung als trend fortsetzung gilt da sind wir jetzt auch drüber gelaufen das heißt das ist jetzt interessant wir haben das ganze ding auf wochenbasis sie sehen wir haben jetzt hier zwei nacheinander folgende wochenanstiege mit deutlich grünen kerzen diese woche ist auch oben drüber gegangen hat sozusagen den bruch dieser dieser korrektur formation nach oben bestätigt und ist schon mal über dieses hoch hier drüber gelaufen und an der stelle ist es häufig normal dass es erstmal zu einem kleinen rücksetzer kommt das schauen wir uns in der woche auch gleich an nach oben hin wenn sich das ganze dann entsprechend fortsetzt haben wir durchaus die möglichkeit erst einmal hier in diesen widerstandsbereich um dieses wochen hoch hier rein zu gehen bei 207 368 das ist mal ein anlauf zieh was wir durchaus mittelfristig hier in den weg nehmen können immer bitte auch schauen wir haben jetzt hier ein wochen statt also ich glaube nicht dass das in zwei drei tagen passiert sondern das ist schon etwas was ich so stück für stück nach oben schieben kann und da ist interessant auch wieder hier mal in den tagsschatt hinein zu blicken wie sich diese stange hier sehen sie wie dieser schub nach oben gekommen ist das sei jetzt in der woche gar nicht so spektakulär aus aber wenn wir uns das hier mal im wochenstart an konnte anschauen dann haben wir schon eine ordentlich weit gelaufene bewegung also auch hier untergeordnet schauen sie sich das ganze an wir haben hier in dieser spanne dann haben wir einen trend der sich gebildet hat hier sehen sie mal das ist schön der aufwärts trend die spanne war weit genug in der woche und er hat sich jetzt hier nach oben gebildet und er hat auch untergeordnet noch einen trend gebildet und beide sachen stehen jetzt weit in der bewegung erstens dieser schwarz markierte trend steht weit in seiner bewegung und auch dieser untergeordnet gebildete trend steht auch ebenfalls weit in seiner bewegung und hier ist es jetzt interessant zu sehen was die woche macht weil jetzt kommt hier eine konsolidierung die deutet sich entsprechend auch schon an und die kann in verschiedenen mustern auch auftauchen das heißt wir können hier beispielsweise beim ersten mal sowas sehen dass sich ein eine art trendkanal entsprechend bildet der hier stück für stück nach unten läuft an dieser stelle also hier eine trendkanal nach unten wir können aber auch sehen eventuell dass der markt hier einfach seitwärts läuft das heißt dass wir hier jetzt so einen schwung nach unten gesehen haben und der markt der läuft hier jetzt der tingelt jetzt so ein bisschen seitwärts das heißt dass wir eine hohe korrektur sehen es kann sich ein dreieck bilden mit ansteigenden tiefkursen aber flacher oberseite also all diese dinge können sich entsprechend ausbilden und das ist jetzt interessant schauen wir auf diese korrektur die sich bildet und wenn sich diese korrektur direkt nach oben auflöst das wäre dann das fortsetzungs szenario dieser geschichte auf wochenbasis das ganze kann natürlich auch etwas tiefer korrigieren heißt also wir haben auch die möglichkeit hier diesen ausbruchs level hier wo wir hier oben drüber gelaufen sind über diese marke damit rein zu laufen in diesem bereich das heißt da würde dann die korrektur beispielsweise im trendkanal hier unten rein laufen der trendkanal würde dann sozusagen hier abwärts gerichtet diese unterrichtung laufen bis hierhin und dann wieder hoch trainer gibt es den ausbruch es gibt hier diverse szenarien die sich jetzt bilden könnten also auch hier das teil für die wortschlitz und das was wir dann sehen können wir sehr sehr schön entsprechend trainiert wenn sich hier was flaches enges ausbildet wo man einfach merkt hier läuft was über die zeit dann macht es natürlich relativ wenig sinn eine korrektur zu traden weil die schwankungsbreiten einfach zu flach sind bildet sich aber eine etwas tiefere korrektur aus dann kann man das ganze auch sehr sehr schön über die stunde sehen wenn man sich die stunde hier mal anschaut schauen wir haben jetzt hier schon die den abwärts gerichteten markt hier oben war die top bildung und jetzt wird es halt spannend was hier unten passiert wir haben bewegung korrektur laufen wir hier unten drunter dann läuft hier ein abwärtstrend nach unten den man durchaus auch für den ein oder anderen kurzfristigen trade mit nutzen kann also diese dinge mal in der vorausschau für die nächste zeit mal aus der wochenperspektive heraus um mal den fokus einfach auf was anderes zu zu lenken dass man nicht immer in den kleinst zeiteinheiten sucht sondern gute schöne bewegungen die können auch aus den größeren zeiteinheiten kommen und die können wir dann natürlich auch in den kürzeren intervallen mit traden so damit machen wir weiter mit dem ja mit der agenda für den heutigen tag das heißt wir schauen mal auf die wichtigsten termine der kommenden woche im überblick was habe ich rausgesucht ich habe für sie wieder rausgesucht die allerwichtigsten termine hier in der eu beziehungsweise aus den usa bekommen wir am montag um 11 uhr den verbraucherpreis index übrigens habe ich ja auch nur die wichtigsten termine rausgesucht das sehen sie an diesen drei bullenköpfen also das sind die mit dem höchsten impact so nachdem der montag um ist kommen am dienstag keine dieser stark wichtigen nachrichten am mittwoch geht es dann weiter um 14.30 aus den usa da gibt es die baugenehmigung für den monat august um 15 uhr nächste woche mittwoch spricht der draghi da werden wieder alle die rochtüten ganz weit aufsperren damit wirklich jedes wort sehr sehr gut verstanden wird um 16.30 am mittwoch dann wieder die rohöl lagerbestände aus den usa nächste woche donnerstag gibt es den filifed herstellungsindex und um 16 uhr die verkäufe bestehende häuser und am freitag in der eurozone also hier eu das ist jetzt deutschland an dieser stelle den einkaufsmanager index um 9.30 für das verarbeitende gewerbe das sind mal so die wichtigsten nachrichten in der nächsten woche die hier an dieser stelle entsprechend auch auf uns warten und damit sind wir mal mit diesen nachrichten fertig und wir schauen wieder zurück in die charts und gucken uns mal die großen indizes an was hier entsprechend in dieser woche passiert ist so wir starten hier mit dem lieblingsindex der deutschen das heißt wir schauen hier einfach mal in den chart hinein das ganze hier nicht auf stundenbasis sondern wir gucken uns das ganze hier selbstverständlich erst einmal auf tagesbasis an wobei ich sagen muss die stunde sieht sehr 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 interessant aus schauen sie sich mal dieses level hier oben an wenn er hier oben drüber geht dann könnte das für weitere bewegung nach oben sorgen wir sehen hier in der stunde auch schöne anlauf punkte die wir haben schauen sie was als nächstes kommen kann hier ist ein hoch dort ist ein hoch dort ist ein hoch dort und dort und dort also wir haben eine menge menge hochs im stundenchart vor uns und wenn der markt hier beginnt positiv zu performen das kann dann an dieser stelle natürlich dafür sorgen dass wir einen schönen schönen anstieg bekommen vielleicht eine kleine rallye mal gucken was der markt hier vorbereitet das hat sich so ein bisschen angekündigt wenn wir das ganze hier uns im tageschart mal anschauen das mache ich mal etwas größer für sie weil das ganze hier in dieser stelle interessant ist interessant von der seite her wie sage ich hat sich das angekündigt schauen sie wir sind hier wieder entsprechend hier diesen großen diesen großen abwärtstrend den wir haben schauen sie den zeichne ich ihnen gleich mal ein das muss ich nur in einer anderen farbe machen dass wir das besser sehen können so na nicht lila lila ist der letzte versuch den wollen wir nicht starten sondern wir haben jetzt hier schön diesen abwärtstrend so dieser abwärtstrend der läuft ja schon eine ganze weile die us-märkte laufen uns weiter weit voraus hier die schere wird auch immer immer weiter das hatte ich ja thematisiert das spielt jetzt hier an dieser stelle aber keine rolle so jetzt sehen sie mal diesen letzten druck nach unten hier haben wir untergeordnet wieder einen bewegungstrend gehabt der entsprechend jetzt auch weit in seiner korrektur in seiner bewegung steht so und jetzt habe ich gesagt hier unten hat sich so ein bisschen was angekündigt dass man der markt eher nach oben möchte als nach unten so positiver leichter optimismus sozusagen und das hat hat sich für mich erkenntlich gemacht hier in dieser situation wir hatten hier unten diese marke um die jetzt muss ich selber erstmal schnell gucken dass wir hier mal ein preislabel hinziehen schauen sie mal hier unten ungefähr die 11.900 punkte marke das war so ein level da wollte der markt nicht wirklich richtig tiefer und immer wenn er reingelaufen ist sie sehen dass hier hat der markt nach oben gespiked so dann hatten wir hier oben entsprechend die marke von was haben wir hier oben um die um die 12.000 punkte die 12.000 punkte marke hat natürlich einen 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 fokus wo der markt immer mal auch so ein bisschen hin und her hängen kann aber sie sehen der markt wollte an dieser stelle zwar am anfang nicht richtig hoch aber wir sehen dass hier an dieser kerze und auch an dieser kerze er hat auch nicht mit starken verkäufen reagiert ja und das war so der leichte leichte optimismus auch so ein bisschen das warten auf die zb aber wir haben hier so die leichte optimistische situation gehabt und dann kam die bestätigung der schub nach oben und das ist das was wir sehen wir haben jetzt in der stunde schön einen aufwärtstrend und hier in diesen phasen ist es halt gut wenn wir hier entsprechend keine richtigen trends sind auf tagesbasis hier an dieser stelle dann gucken wir in die stunde und dann sehen wir halt wirklich sehr sehr schön wann die trends in der stunde rumtrennen wenn wir da so ein bisschen optimismus sehen dann lassen sie uns richtig zusammen hinschauen weil wir sehen dann in der stunde wann der schub am tag zu ende geht und schauen sie das war dieses level hier das hat das hoch hier oben rausgenommen und mit überschreiten dieser marke ich mache das mal kurz in einer anderen farbe hier noch mit überschreiten dieser marke hat es dann den schub nach oben gegeben und das war dann entsprechend der auslöser für die guten kurssteigerungen die wir jetzt an dieser stelle sehen das heißt hier wurde der abwärtstrend beendet und dann gab es diesen schub und das ist das was wir hier auf tagesbasis sehen hier an dieser stelle da gab es den schub nach oben an dieser stelle hier entstehung des stundentrends beziehungsweise bruch des stundenabwärtstrends und jetzt läuft der markt schön schön nach oben und was wir hier sehen kurzfristig an der stelle können wir durchaus hier ich mag hier ihnen mal diese marken wo wir reinlaufen können können wir durchaus hier ohne weiteres hier an diese marken reinlaufen hier das sind die interessanten hochpunkte da können wir beantworten hier in diesem bereich wer kauft nach uns und das sind mal sehr sehr schöne anlaufpunkte die wir hier in der planung sehen wenn die positive dynamik entsprechend weiter nach oben laufen kann also da ist einiges an fleisch am knochen dran und das können wir hier definitiv sehen so ich bekomme gerade die information dass ich leise geworden bin also ich habe das mikrofon unverändert vom mund stehen bitte mal sagen ob hier der ton zu leise ist mein audio eingabegerät hier zeigt auch voll den ausschlag also ich hoffe es liegt nur am gerät wenn ich sonst für jemanden zu leise bin dann mal bescheid geben dann versuche ich mal was an den technischen einstellungen zu ändern so ton ist okay passt super in ordnung gut freue ich mich danke für die rückmeldung am dann schauen wir hier in den nächsten chart hinein wir gehen jetzt mal wieder auf den us markt und zwar im us markt schauen wir mal was der s&p 500 gemacht hat und der technologie index das natürlich sehr sehr interessant und hier sehen sie schon im s&p 500 es geht schön nach oben und das das ist einfach das was so toll ist das ist so ein extrem starker trend an dieser stelle von der seite her einfach ich sage an dieser stelle auch immer stärke verlangt nach weiterer stärke und das liebe zuschauerinnen und zuschauer ist das was wir hier auch sehen wir haben hier wirklich einen extrem starken us markt ich gehe auch mal davon aus es gibt bald hier die kongresswahlen in den usa wo der herr trump auch positiv glänzen möchte er wird alles dafür tun dass wir hier weiter positive markt bewegungen sehen da gibt es so dieses thema handelsstreit mit china da hatte ich ja gestern schon mal gesagt dass die usa die gespräche wieder aufnehmen und also ich gehe davon aus es wird schon positive untermalung geben und dass der markt nimmt das uns einfach ein bisschen vorweg wir hatten ja schön eine korrektur gesehen und das war das ist echt das tolle hier in diesem markt was wir hier immer wieder sehen können ist einfach hier schauen sie sich diesen schönen aufwärtstrend an den zeichne ich jetzt nicht direkt ein aber wir sind hier einfach runtergelaufen schauen sie wir sind hier bis in den ausbruchsbereich reingelaufen und haben dann einfach wieder nach oben rumgedreht und stehen jetzt schon wieder kurz vor den allzeithoch sie an dieser stelle also sehr 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 interessant ein sehr 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 starker markt und was in diesem bereich auch interessant ist wenn man sich mal hier die 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 gleitenden durchschnitt der der 50 punkte angeht hier der ist gar nicht runtergelaufen der hat gar nicht bis da runter rauf markiert sondern ist einfach vorher rumgedreht er hätte schon ohne weiteres bis hier runter korrigieren können ist aber nicht passiert also schöne stärke schöne trendfortsetzung die wir hier sehen wenn wir uns das ganze in der woche anschauen ist es hier natürlich so die fahnenstange geht weiter so richtig korrektur kam hier noch nicht also es kann an dieser stelle sein wenn noch etwas mehr korrektur kommt dass das hier so ein bisschen seitwärts tingelt das muss man sehen da will ich jetzt keine angst machen die auch nicht die entsprechenden scheuklappen aufsetzen sagen oh mein gott es muss doch irgendwann runtergehen sondern nein wir gucken einfach drauf was wir gerade haben und wir haben hier wirklich einen tollen tollen trend der trend geht jetzt hier oben ran in richtung der hochs oben das heißt hier ist das aktuelle hoch was wir in diesem trend haben das allzeithoch hier an dieser stelle wird es dann interessant wie der markt sich weiter verhält sozusagen das heißt entweder hier schauen sie hier an dieser stelle das hoch was wir hier haben bei ungefähr 2912 punkten und dann hier oben dieses hoch bei 2915 punkten das sind jetzt mal so wichtige marken die könnten zum einen als kurzfristiger widerstand agieren dass der markt doch nicht gleich drüber schnippst oder aber er soll sorgt einfach für grandiose bewegung dass wir wirklich schön nach oben schieben und das ganze hier dann weiter läuft also alles super gut in ordnung schöner wirklicher aufwärtstrend fantastisch ich liebe diesen markt hier unten kam schön die umkehrsignale wer da auch hinschaut super klasse eine richtig feine geschichte ich bin da sehr sehr positiv dass das hier auch noch weiter laufen kann es sei denn die woche fängt an tiefer zu korrigieren das kann ja auch passieren dann sieht das bild natürlich anders aus nur das sehen wir jetzt hier noch nicht die nachrichten sind eher positiv wir kommen in den in dem us-arbeitsmarkt auch gleich nochmal drauf warum der markt hier positiv auch reagiert hat zuvor schauen wir hier nochmal in den us-markt der technologie marken rein das heißt wir schauen uns hier mal den nasdaq 100 an dieser stelle an und beim nasdaq 100 ich kann meine worte einfach nur wiederholen auch hier ein extrem starker markt der nach starke verlangt und hier haben wir die zwei die 50er tagelinie drinnen schauen sie sich das mal an wir haben hier den rücksetzer gehabt direkt auf die 50 tage linie bam ging es wieder nach oben schöne tiefe korrektur hier war es dann mal spannend zu sehen was macht denn der index hier in diesem bereich des ausbruchslevels dreht er auch rum hat er nicht er hat ein bisschen tiefer korrigiert und wo hat er rumgedreht genau auf der 50 tage linie hier zack hier hat er das gemacht er hat es hier gemacht er hat es schon mal hier an dieser stelle gemacht also dieses verhalten gleicht sich innerhalb solange wie sich der markt nicht komplett ändert wiederholt sich ein verhalten öfter mal und das ist genau das was wir hier sehen und das können wir zum schweden nutzen das ist total genial weil wenn wir sowas sehen und wir sehen der markt dreht hier rum dann schauen wir doch einfach mal was macht denn die stunde da unten und hier sehen wir tingel 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 wir hatten hier das letzte korrektur hoch in diesem markt jetzt muss ich das mal langsam rot machen dass wir hier die farben etwas unterscheiden können kleinen augenblick so schauen sie mal hier das war der bereich des entsprechenden korrektur hoch das mache ich jetzt wirklich rot dass wir es mit aus den anderen farben rausziehen können so hier ist der markt rübergegangen schauen sie sich an was da unten passiert ist die zone wollte nicht verlassen werden und wir können ja als trader echt total cool und entspannt traden hier schauen sie hier gab es die erste aufwärtsbewegung das war jetzt nichts was mich schon im ofen hervorgelockt hätte also wenn es kalt ist wäre ich in dem ofen sitzen geblieben aber was danach kam war spannend nämlich die situation dass wir hier eine trend bildung gesehen haben das ist das schöne das ist das zeichen dass der markt wirklich wirklich hoch will hier die trend entstehen und das ist das feine und das ist die bestätigung die wir auf tagesbasis sehen wollen wunderbar und auch hier nach oben hin natürlich noch einige anlaufpunkte schauen sie hier haben wir einige spezielle sachen hier können wir ran als korrektur und dann hier oben schubs da ist schon das alte hoch in greifbarer nähe also wahnsinn es macht einfach spaß diesen beiden indizes auch zuzugucken der dau sieht da genauso aus von der stelle her starke us märkte läuft weiter hoch interessant wird es was oben am altzeithoch passiert da wird es immer so noch ein bisschen kritisch bis dahin haben wir aber noch einiges am platz was wir positiverweise zum traden suchen können wenn es hier unter tage sozusagen interessante informationen gibt dann nehme ich das natürlich in meine täglichen handelsideen mit rein also diejenigen von ihnen die hier auch mal zuschauen heute mal ausnahmsweise es gibt diese handelsideen jeden tag und wenn es da interessante sachen gibt weise sie natürlich an dieser stelle hier in den morgendlichen handelsideen auch mit hin und das können sie dann direkt auch umsetzen optimalerweise direkt hier für uns bei oder für sie bei tickmill schauen sie ruhig da mal den broker an das ist wirklich ein sehr sehr guter broker und den service den sie hier bekommen der ist nicht von der hand zu weisen so damit wäre ich fertig mit der besprechung der großen großen indizes ich gehe jetzt heute mal nicht hier noch ein stück weiter die zeit ist schon etwas fortgeschritten ich will das ganze nicht überdehnen ich sehe auch momentan keinen wunsch hat von der seite her würde ich dann direkt in den edukativen part auch wechseln das heißt hier sie sehen es jetzt kommt der us arbeitsmarkt da mache ich mal kurz einen stopp in der aufnahme das trenne ich für all diejenigen die das ganze später noch einmal anschauen wollen dass wir hier zwei verschiedene videos haben geben sie mir einen ganz kurzen augenblick und dann bin ich sofort wieder auch mit dem ton für sie da ich stoppe noch mal ganz kurz die aufnahme und dann bin ich auch mal ganz kurz die aufnahme